Es ist so, BNW engagiert sich in vielen sozialen Bereichen, also nicht nur heute beim Felix-Burda-Wort, letzte Woche beim Rosenwald-Deutsche Schlaganfallhilfe. Also wir sind schon in vielen Präventionsveranstaltungen dabei, weil wir das natürlich auch sinnvoll finden für unsere eigenen Mitarbeiter, dass sie eben gerade im Felix-Burda-Bereich Darmkrebsversorge machen und hilft uns bei den Mitarbeitern und hilft den Mitarbeitern natürlich, wenn sie Früherkennung haben, dass ihnen später mal nichts fehlt. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, war Dr. Marr, die mit viel Engagement und Herzblut dieses Thema vorantreibt, Netzwerke herstellt zwischen Industrie und Ärzten und somit viel Geld sammelt, um vielen Menschen dadurch zu helfen.